hallo und herzlich willkommen zu allerletzten folge von der siebten staffel in rainbow six siege wir ich schenk mir gerade ein schlückchen every sauna ice die ein weil ich jetzt schon über ich nehm schon wieder seit vier stunden auf und mir pudding geholt bin ich eigentlich jetzt nicht mehr da aber ist mir egal ich verlasse den trupp schön dass mein spiel wieder rum tolle letzte folge ja 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 halt ein pudding gegessen späß neu gestartet und es geht los die letzten paar minuten brechen an bevor staffel 7 und die runde beginnt jetzt ich weiß nicht mit ruge im moment ich habe keine chance wie gesagt ich habe gar keine chance entschuldigung ich bin der einzige der nicht lädt die englische leute engländer haben ja dann überhaupt keine probleme den raum verbarrikadieren wir müssen den biogefahrgut behälter schützen auch das war ja mein laptop nicht in den explosions radios kommen und Tschüss. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht finden. Ich wollte gerade sagen, dass wir es ernähren. Ich habe einen Schellappen. Einfach eine Funktionieren. Von Feind kontrollierte Zone betreten Sofort verlassen Du bist aufgeflogen Das war ja jetzt schon mal kacke Ich lade mein Magazin Aber da wir eben halt 3 Games hintereinander spielen ist ja kein Problem Gut, da bräuchte man eben halt das ATLG wieder Ne, ich hab mich ja auch schon schrägerma... Oh, Dr. T ist gelandet Klar, das ist ein Magazin Klar, das ist ein Magazin Anwälte Ach, es ist ein Magazin Der ist denn oder? Wie lange ist der Händler noch da? Ja, das reicht locker Nur noch ein Gegner übrig Gegner eliminiert, Missionserfolg für eigenen Truppen Ja, das reicht locker Ja, das reicht locker Oh, ich habe vergessen, dass wir überhaupt noch spielen, weil ja nichts da war Entschuldigung Ja, 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 weil kein Sound kam Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden Den Wankern Du kannst mir auch mit dem Ja, das reicht Dank Also, jetzt haben wir die Framö-Gefahrgut nur noch zehn sekunden standort des bio gefahrgut behälter das unbekannt finde ich im bio gefahrgut behälter magazin wechsel Oh Elektronik Scanner sucht Bio Behälter gefunden Ja toll Mann du Arsch gebohrt alter weiter klar klar nachladen 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 sooo Oh, ich bin kaputt gemacht. Ah nee, komm mal da hin. Erdgeschoss Gegner lokalisiert, erdgeschoss Ich bin leer So, so, so Ein Gegner verbleibt Okay, ein Gegner verbleibt Jetzt ist es nicht so schwer Gebrauch Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich Ja, nein Und der eben halt die Sensorie Hier kann man jetzt nur so Man muss ja noch kaputt machen So Den Raum sichern Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen Zeit für einen wirklichen Schotten Heide Sorge mehr wegen der Kamera So, jetzt geht es weiter Störser wird aktiviert So, jetzt selber machen Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Nur noch 10 Sekunden Wechselmagazine Es bleiben 5 Sekunden Du schützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Fall 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 Bodenverstärkung fertig Mir egal, verpiss dich Verpiss dich Barrikade in Position AAH Verstärkung der Wand abgeschlossen Die Wand mal jetzt eigentlich nur zur... zur Koffer Die Zerstörer sind da Die Zerstörer sind da Die Zerstörer sind da Dann sei ich mal Glück Die Zerstörer sind im Raubach Die Zerstörer sind da Die Zerstörer sind da Die Zerstörer sind da Magazin wird geladen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ähm, was für Noobs? Gib mir IQ, Alter. Aha, ich brauch das nochmal... Ich vergesse das immer, Mann. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Wir haben genug, davon haben wir noch nicht genug, wir haben noch nicht genug Eisen. Wenn wir 250 Eisen nehmen, hat das... 300.000 Eisen kann man selber beschaffen. Es dauert lange, aber... Jetzt schon. 10 Sekunden bis Einsatz. Ich bin aber umsonst hochgefahren. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt. Findet den Bio-Gefahrgut-Behälter. Er ist mit der Shotgun. Er ist mit der Shotgun. Bam, bam, bam. Klar für Durchbruch. Oh mein Gott, move. Oh mein Gott, move. Oh mein Gott, ist abhattet dir. Oh mein Gott. aku Zunächst mal die Cam kapotten Mann und dann gehen wir jetzt raus. Mal gucken, jetzt erst mal so oder so. Ich habe einen Biobehälter gefunden. Nachladen! Nur noch einer vom eigenen Trunk. Gerade geschossen. Ein eigener Trunk getötet. Ich habe gesagt, Ella ist mit Shotgun. Die hat die ganze Zeit dort gesessen. Die hat die ganze Zeit dort gewartet. Zunächst mal bin ich wieder mit ihm dran. Du. Du. Hm. Du. 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 Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Es ist so viel Lack dabei, ne? Es ist so viel Lack dabei, ne? Es ist so viel Lack dabei, ne? Es ist so viel Lack. Es ist so viel Lack. Es ist so viel Lack dabei, ne? Es ist so viel Lack dabei, ne? Es ist so Lack dabei, ne? Es ist so viel 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 Lack dabei, ne? Es ist so 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 Lack dabei, ne? Es ist jetzt so Lack dabei, ne? Und. Es ist so Lack dabei, ne? Das war's. Oh sorry wenn ich die ganze Zeit nicht feche, ich weiß nicht, ich höre die ganze Zeit dem Regen zu Sorry tut mir leid, tut mir echt leid, es ist halt Regen Lade neues Magazin Ich kann ja schonmal so viel sagen Es werden digitale Inhalte sein, es werden Es wird jetzt sein, es werden um die 50 bis 60 Euro ausgeben Und dann auch Ja Gucken ne Ich hab da nur eins Und Muss ich mir mal ein neues kaufen Besser mal in Gold eben halt Aber nicht Ich muss mal ausrechnen Ich kann ja jetzt selber nicht aus im Kopf Ich kann ja jetzt selber nicht aus im Kopf Gute Arbeit Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert Zehn Sekunden bis zum Einsatz Zehn Sekunden bis zum Einsatz Einsatz in fünf Sekunden Zehn Sekunden Zehn Sekunden Zehn Sekunden Zehn Sekunden Weitere zum Standort des Biogefahrgutbehälters Ok, wir können immer 6 Sachen damit kaufen, was ich je nicht mehr werde, also ich werde mir höchstens 6 Sachen damit kaufen, und dann, ja, höchstens 4 So viele Sachen gibt es morgen nicht Ich muss nachladen Sextra Magazine Dina Die Klappe, man Halt's Maul, du Wichser, Alter Scheiss, Kanacke, Alter He, Digga Im Deutsch, Digga Geräte werden ausgeschaltet Einer vom eigenen Trupp verbleibt Was machst du, Teamkill, Mann? Juh, Digga, gib mal, Kebab Was hat dich jetzt so gerissen? Kebab, Kebab, was? Laba, kein Scheiß Jetzt erzähl mal, warum hast du Teamkill gemacht, ich will das mal wissen Wenn du Mett bist, das ist korrekt Wer so scheiße spielt da, wieso? Kanacke Gib mir einen Döner Wieso Kanacke? Ich bin Deutscher, Mann Mein Vater kommt aus Ostpreußen Was soll ich denn, Kanacke sein? Türke Türke Türke, Alter Türke Türke Oh mein Gott, ich hab ne bessere Karte jetzt Du, Du, Huan Ah! Du bist so scheiße Hey, Digga Digga, ich bin Türke Du Kanacke And what's the language do you speak? Ja, Kanacke Ja, Kanacke Most do language do you speak Oh, Slava Ni Du, Huan Digga, ich sag mal jetzt Ich hab nichts gegen Ausländer, ne? Aber das war jetzt wirklich Kanacke Entschuldigung Nein, ich hab nichts gegen Ausländer, nein Ich kann immer einen Witz machen, ne? Heulen wir gleich alle rum! Digga Nein, ich mach nich Schwarze Hehehehe pick I understand Ya OK Look what 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 Wahhh! Wahh! Wahh! Wutwut. Wutwut. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Zeit für einen wirklichen Schutz. Befestige Mine! Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Beschütze den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du bist aufgeflogen. Dörsünde aktiviert! Wechsel das Magazin. Oh! Oh! Das ist der Magazin! Das ist der Magazin! Das ist der Magazin! Reden Sie, G-Stars! WTF, warum ist Nuinny? Hilf mir Duan Nuuuup, Nuuuup Niiiice Niiice Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert Niiice, Niiice, Niiice Niiice, Niiice Ah, ich muss ne Granate Ich mag mir Granaten Guck mal, er passt fast in den Fisch Und hier unten müssen wir dann noch was kaufen Und ne richtige Kopfverdeckung müssen wir auch noch kaufen Bill Der Biogefahrguthbehälter muss jetzt lokalisiert werden So, komm 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 Määmääää flavour Warum hast du ihn gebetet? Hast du letzte Nacht gebetet? Ich weiß nicht, wer ist Wir haben einen Schotten oder einen MG Für Termite Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert, weiter zu seiner Position Dann nicht Wire kick him Ich habe ihn gebetet, ich habe ihn gebetet Ich habe ihn gebetet, ich habe ihn gebetet Ich lade mein Magazin Ich lade mein Magazin Ich habe ihn gebetet, ich habe ihn gebetet Ich habe ihn gebetet, ich würde ihn gebetet Ok so steh ich mir immer in ner Runde Rainbow vor immer so meistens wird es nicht mehr also es wird meistens nichts weißt du nicht, du kommst wieder dann hätte ich sonst mal wieder jemand anderes ich weiß nicht den Raum sichern, wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen Störsender bereit die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert Störsender einsatzbereit Verstärkung der Wand beendet 10 Sekunden 10 Sekunden es bleiben 5 Sekunden die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert dann zwei Sekunden Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter sofort eingreifen. Ein Gegner verbleibt. Wir haben ihre Füße, die Behälter zu sichern, eingestellt. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Den Bio-Gefahrgut-Behälter beschützen. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Meine goldene Waffe streit mir heraus. Schleife Entschuldigung, aber damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns in der 8. Staffel von Rainbow Six Siege, ciao.